willkommen beim roger willkommen bei den ash creek studios schön dass du da bist schön dass ihr da seid und wenn du neu bist auf meinem kanal es geht um audio technik es geht um studio technik es geht um mikrofone gitarren apropos gitarren da habe ich neulich erst ein nettes video gedreht über den unterschied einer sechsseitigen und einer zwölfseitigen gitarre wenn ich das interessieren sollte ich blende es hier mal ein ja und heute sind wir mal bei dem thema mikrofone im speziellen geht es um das tlm 102 von neumann und unsere referenz heute ist das audio technik 40 50 da spreche ich im moment ein und dann haben wir nämlich dann auch gleichzeitig später einen soliden vergleich beide mikrofone sind sehr sehr hochwertig gut wo fangen wir an ich zeige euch mal das mikrofon schicken wir mal um hier liegt es das ist das neumann tlm 102 und in der ausstattung wie ich es gekauft habe seiner zeit ist auch schon eine weile her war gab es ein angebot mit spinne und mit windschutz okay jetzt vielleicht mal einen grüßen vergleich dass ihr mal sehen können wie klein und handlich und schick dieses neumann ist also das ist jetzt mal meine branke ich habe die gerade kleine hände das ist klar deswegen habe ich mal ein bestrum mikrofon besorgt hier ja seht ihr die bestrum mikrofon sind von haus aus schon nicht so sehr groß hat in etwa diese größe und wenn ich jetzt beispielsweise mal ein sennheiser mk8 daneben lege dann ist es doch wirklich schon allein vom größenvergleich er enorm klein und handlich gut dann gucken wir uns noch die spezifikationen an ok so was sehen wir wir sehen unser polar pattern und das hat neumann sogar mit verschiedenen frequenzen dargestellt aber was ich hier schon andeutet das ist natürlich diese nieren charakteristik das ist sehr schön weil ich bin sozusagen von der anderen seite des mikrofons relativ gegen etwaige geräuschpegel gefeit man meine ansprechrichtung ist ja vorne und die typische nieren charakteristik ist natürlich genauso aufgebaut dass die einstreugeräusche von hinten möglichst gut gedämmt und gedämpft werden ebenso von der seite man sieht schon bei der seite fängt es an und zieht sich dann halt eben hier noch weiter rein was aber auch super spannend ist finde ich und wenn wir gleich die mikrofone umbauen also das neumann dann tatsächlich besprechen dann wird man auch merken warum das so ist wie es ist nämlich wir sind in dem bereich hier sind über 20 herz das geht bis 20 kHz weiter das ist ja unser frequenzgang muss ich noch dazu erklären und jetzt sehen wir hier folgendes wir sind hier noch ein bisschen abgedämpft wir sind also im bereich minus 10 db schwingen und so langsam hoch auf die 0 db und bei 50 60 herz haben wir also ihren ganzen natürlichen verlauf der uns entgegen kommt nämlich die absenkung der wässe also brummen und natürlich ganz tief frequente geräusche die werden hier von haus aus schon mal weg gefiltert das ist wunderbar und dann sind wir weitestgehend linear genau so ist eigentlich der ideal zustand ja für uns und wir sind bei fünf kilo haben dann leichte der drin das schwingt sich jetzt hier noch ein bisschen rauf ja also hier haben wir sozusagen an der anhebung der frequenz oder des frequenz ganges was aber wiederum dem mikrofon zugutekommt weil dadurch werden die höhen seidig sein ja und so schätzen wir jetzt anhand schon dieses diagramms das mikrofon ein und hier sie jenseits der neuer 16 und war vielleicht schon bei 17 18 schwingt und langsam nach unten aber das ist schon ein bereich der für uns nicht mehr ganz so interessant ist so ich hoffe dass ich euch mit der erklärung ein bisschen helfen konnte gut dann baue ich eben schnell um und dann spreche ich direkt ins neumann ein apropos referenz das gucken uns auch gleich noch mal an vom ausgehen vom audio techniker 40 50 immer im vergleich dann zum neumann tlm 102 sprechprobe 1 audio techniker 40 50 einstellung niere sprechprobe 1 neumann tlm 102 einstellung niere es hat ja nur die niere sprechprobe 2 audio techniker 40 50 einstellung niere sprechprobe 3 audio techniker 40 50 50 einstellung niere sprechprobe 4 audio techniker 40 50 einstellung niere sprechprobe 4 neumann tlm 102 niere willkommen zurück wie ihr sehen könnt habe ich unseren zwerg anführungszeichen mal montiert und spreche jetzt auch natürlich über unser neumann tlm 102 ein vielleicht sollten wir auch noch ein bisschen sortieren für uns wo gehört das tlm tatsächlich hin also ist ein 102 von neumann und wo vielleicht eher nicht also in den gehobenen studio bereich geht es sicherlich hin auch wegen der einsatzvielfalt ich kann das mikrofon wirklich für alle zwecke nutzen ja ob das jetzt eine amp abnahme ist kann gitarren lautsprecher mit haben verstärker ob das voice ist na vocals ob das abnahmen sind von diversen blas instrumenten oder sonstiges ist ich kann damit unglaublich viel anstellen für einen youtube kanal würde ich das mikrofon nicht unbedingt empfehlen weil dafür ist es einfach zu teuer und am ende des tages wird es euch nicht viel bringen ja wenn ihr aber musiker seid und habt einen youtube kanal und dann kann ich natürlich dieses mikrofon hier wirklich auch echt weiterempfehlen also das bringt euch dann wirklich nach vorne ja gut dann lasst uns noch mal die nieren charakteristik überprüfen das ist ja meine einsprechrichtung ja das begins kabel gekommen jetzt drehe ich mal ein bisschen nach zur seite und da merkt man schon hier ist es etwas lauter natürlich und hier wirkt schon die nieren charakteristik an beiden seiten besprechen und wenn ich sie quasi von hinten bespreche dann ist es schon wirklich gut bedämpft und genau so sollte das auch sein also also das was wir vorhin dann auch gesehen haben in unserem diagramm mit bezug auf nieren charakteristik können wir hier tatsächlich auch nachvollziehen so dann kommen wir noch mal kurz zum einpegeln das ist ja ein ganz ganz wichtiges instrument für unsere mikrofone da habe ich auch schon verschiedene videos gedreht eins davon box da muss es sind eins davon beschäftigt sich tatsächlich dann mit den audio interfaces wie geht das denn richtig wie funktioniert vernünftig dass wir auch wirklich den richtigen pegel nachher auch in unserer aufzeichnung haben und das andere video was ich mal gemacht habe das betrifft mehr oder weniger mischpulte und da kann ich euch auch noch mal empfehlen das video euch mal anzugucken dann habt ihr beide seiten abgedreht abgedeckt dann habt ihr nämlich beide seiten abgedeckt sowohl am mischpult als auch am audio interface wenn euch das video gefallen hat ich würde mich total freuen ob auf den daumen nach oben oder gerne auch ein abo da verpasst ja keine folge mehr wie gesagt der kanal ist ja sehr vielseitig beschäftigt mit audio technik studio technik mit gitarren mit verstärkern mit mikrofonen mit allen möglichen also das ist wirklich ein blumenstrauß und ich würde mich wie gesagt riesig freuen in unserer gemeinde hier noch ein bisschen wächst vielen dank fürs zusehen ich wünsche euch was bleibt mir schön gesund heute von den studios bis dann